Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Draggy's Dogma. Heute geht es um eine Sache, was bestimmt der ein oder andere von euch sehr, sehr gut findet. Und zwar darum, wie man sich unendlich Gold besorgen kann, ohne dafür kämpfen zu müssen oder das Zwingtsrätsel machen oder, oder, oder. Und auch schon sehr, sehr früh im Game. Also ich bin hier gerade im New Game Plus von einem meiner Speedruns in Melve das erste Mal. Und hier könnt ihr das Ganze schon machen. Also wirklich sehr, sehr früh, nach einer Stunde im Game, könnt ihr hier den Money Glitch, sag ich mal, machen. Ist kein Glitch, aber ein sehr cooler Trick. Was ihr dafür machen müsst, ist hier in Melve, also für jeden, der vielleicht nicht weiß, wo Melve ist oder was Melve ist. Melve ist das Dorf hier. Da ist man auch relativ früh schon ganz am Anfang und da könnt ihr das dann auch sofort machen. Und hier in Melve gibt es einen Händler. Hier dieser Potion Crafter Typ. Zu dem müssen wir einmal hin. Weil der verkauft uns sowohl Äpfel als auch Weintrauben. Und davon müssen wir alles kaufen. Zur Kasse, kaufen, fertig. Abbrechen. Und jetzt müssen wir, weil das restockt immer, einen Tag warten. Dafür ist hier draußen auch direkt eine Bank. Zack. Da setzen wir uns drauf, bis wieder ein Tag vorbei ist. Und dann gehen wir zu dem Händler nochmal hin und kaufen nochmal 5 Äpfel und nochmal 5 Weintrauben. Wieder 5 und wieder 5. Das hat jetzt gedauert, weiß ich nicht, 15 Sekunden. Und das macht ihr so oft ihr wollt und könnt. Am besten würde ich so vorschlagen, so mal 100 kaufen. Das heißt, das ganze Prozedere hier 20 Mal machen. Ich habe das jetzt hier zweimal gemacht. Ganz wichtig, wenn ihr jetzt diese Äpfel und Weintrauben habt, müsst ihr die in euer Lager packen. Das könnt ihr hier in dem Hotel machen bei Tristan. Geht ihr zu Lager, einlagern und lagert beides einmal ein. So, und was wir jetzt machen, der eine oder andere kann sich schon denken, wir werden das Zeug verkaufen. Und das werden wir nicht bei irgendeinem Händler verkaufen, sondern bei einem ganz bestimmten Händler, beziehungsweise in einem ganz bestimmten Gebiet. Und zwar in Backbatal. Backbatal findet ihr hier unten. Ist in der Wüste und genau deswegen sind dort Früchte auch sehr, sehr teuer. Da reisen wir jetzt einmal hin. Da kommt ihr direkt nach Beginn des Spiels hin oder auch erst, wenn ihr dann den Passierschein habt. Aber ich werde euch einen Weg zeigen, wie ihr hier durchkommt, komplett ohne Passierschein. Dafür reisen wir jetzt erstmal zu Wernwut. Dafür könnt ihr einfach eine Karre nehmen. Die fährt dann hier lang. Und vom Wernwut wieder eine Karre nehmen bis nach Ruhestadt. Wenn wir dann das erste Mal die Früchte verkauft haben, noch nicht abschalten. Das ist noch nicht der ganze Trick. Also wenn ihr jetzt schon denkt, oh ich habe alles gehört, da kommt euch noch was. Muss ich direkt mal sagen, weil nicht, dass ihr am Ende das Ende nicht mitbekommt. Ich werde das Ganze jetzt mit dem Reisestein etwas abkürzen, damit ich jetzt hier im Video nicht so lange rumhänge. Aber ihr könnt das komplett umsonst machen mit einem Karren von Melve zurück zu Wernwut und dann von Wernwut zur Ruhestadt, so wie ich das jetzt auch mache. So, ich bin in Ruhestadt angekommen, hatte etwas Glück und hatte bei der Karre hier gar keine Gegner. Und von Ruhestadt müssen wir jetzt weiter nach Backbattal. Da gibt es verschiedene Wege hin, die Leute, die vielleicht jetzt zum ersten Mal das hier hören. Das könnt ihr später ganz einfach machen mit einer Biestremaske und dem Zettel von Brandt, das ist der Hauptmann. Oder ihr könnt euch durchschmuggeln mit einer Kutsche, die hier immer vorbeikommt. Oder ihr lasst euch in den Käfig in den Knast schmeißen von dem Wärter hier vorne. Wenn ihr dann Backbattal eingekommen seid, auf welche Wege auch immer, dann könnt ihr die Äpfel und Weintrauben hier verkaufen. Das ist auch im Prinzip egal bei welchem Händler. Die wollen euch alle das abkaufen. Und wenn ihr das jetzt sofort macht, dann seht ihr schon, wir haben 50 bezahlt und könnten die sofort für 170 verkaufen. Das ist ein Profit von mehr als das Doppelte. Und da gibt es aber jetzt noch einen kleinen Trick. Und zwar finden die das noch viel geiler, wenn diese Früchte reif sind. Und das reifen lassen geht relativ einfach, weil hier ist direkt wieder die nächste Parkbank. Da hauen wir uns jetzt mal drauf und dann wartet ihr einfach mal ein wenig und lasst die Früchte in eurem Inventar reifen. Ganz wichtig im Inventar, weil im Lager reifen Früchte und Verderbliches nicht. Aber hier im Lager, in eurer Tasche reift es. Das Ganze dauert so ungefähr vier Tage auf der Parkbank und dann habt ihr reife Weintrauben und reife Äpfel. Ihr seht, die zwei, die ich danach gekauft habe, einen Tag später, haben jetzt schon einen Tag weniger. Also ich denke mal, es sind so um die vier Tage, die ihr auf der Parkbank verbringen müsst, um die zu verkaufen. Und mit den reifen Äpfel und Weintrauben gehen wir jetzt wieder zurück zum Händler. Und dann werdet ihr den mega, mega Big Profit sehen. Also das ist wirklich crazy. Wenn wir jetzt hier ihn ansprechen und ihm das verkaufen, dann sind das 350 für beides und wir haben nur 50 gezahlt. Das siebenfache zurück. Und wenn ihr euch zurückerinnert, das konnte man einmal am Tag machen. Wenn ihr das, sage ich mal, 100 Mal macht oder schon 20 Mal reicht, um richtig, richtig, richtig viel Geld zu bekommen. Allein jetzt schon. Ich habe das nur zweimal gemacht. Es hat 20 Sekunden gedauert und kriege 7000 Gold. Das ist fast ein Reisestein. Und wenn ihr das wirklich auf die Spitze treibt, dann werdet ihr nie wieder Goldprobleme hier in dem Spiel haben. Und wie gesagt, das Coole ist halt, weil das kann man direkt am Anfang des Games machen. Also theoretisch könnt ihr euch direkt am Anfang des Games komplett OP machen. Ich habe hoffentlich reingeschnitten, wie man sich hier hinschmuggelt nach Bagpatal. Die biestre Maske kaufen im Ruhestab für 7500. Dann in die Kutsche rein, aus der Kutsche aussteigen. Die Gegner angreifen, sich in den Kerker sperren lassen. Da ist man in 3 Minuten in Bagpatal und kann dann von hier aus theoretisch auch noch weitergehen zur Vulkaninsel, um sich dort dann das heftigste und beste Equipment zu kaufen, was es am Anfang des Spiels gibt. Also ja, macht das gerne nach. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr das auch so macht bisher oder das jetzt ab sofort machen werdet. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow freuen. Nicht vergessen, ab morgen gibt es endlich Stellar Blades. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall auch ein Follow da lassen. Und ich würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.